Hallo und schönen guten Tag zu Abgebaut. Das Mikro steht jetzt hier vor mir unten. Wir gucken jetzt mal, ob das so funktioniert oder nicht. Wir müssen abends mal ins Bild drücken. Ich mag das nicht, wenn die Mikros im Bild sitzen. Das sieht so unprofessionell aus. Wisst ihr, was ich meine? Aber einen schönen Klang erfordert, dass das Mikro eigentlich hier direkt vor einem steht. Jetzt steht es hier so. Aber egal. Mehr, mehr finden es raus, wie es ist. So, Kontrollmonitor blicken. Fokus funktioniert. Jawohl. So, hier sind zwei Sätze. Einmal das Kleine hier. Ich zeige mal das Bild in die Kamera hier. So ein bisschen schräg mit den Spiegelungen. Ansonsten könnte ich jetzt die Kamera ausmachen. Das Licht. Bist du eigentlich lang. Was Kleines. Was Kleines, Süßes. Ohne Aufkleberchen. Ganz easy. Ganz toll. Schön gebaut. Was Kleines. Aber was gehört zu dem Kleinen dazu? Mal erst mal das Kleine. Das sind einmal hier die zwei Polizeihütchen. Die sind eigentlich ganz okay. Das sind vier Teilchen. Das ist alles wunderbar. So ein kleines Motorrädchen oder Fahrrädchen, wie man es immer nennen mag. Könnt ihr euch raussuchen. Eure Fantasie ist freien Lauf gelassen. War mit meiner Tochter da auch rund eins. Von daher. Alles cool. Und dann hier mal schöne, schöne, schöne bedruckte Fliesen mit so was Kleinen gebauten. Alles gut, wo man so drüberfahren kann. Alles cool funktioniert. Ist stark. Macht Spaß. Und so eine kleine Rampe, wo man auch so drüberfahren kann. Zack. Kann man richtig schön spielen. Und was leider immer mehr wieder passiert und wieder nicht passiert. Das kommt immer so ein bisschen auf die Generation drauf an. Dass dieses Polizeiteil, was auch hier beim Auto ist, gar nicht mehr so oft bedruckt wird, sondern wieder mit Aufkleber passiert. Hört auf. Ihr habt das Teil. Seht ihr doch. Ja, ihr könnt es einem günstigen machen. Also macht es auch bei den Treuerländern. So viel zu dem Thema hier. Aber dieses kleine Ding kostet vier Euro. Minifigur dabei. Finde ich cool. Aber vier Euro bezahlt. Schönes Ergänzungs-Set zu dem anderen, wo man jetzt aktuell rum die 20 plus minus 5, 3, 4, 2, 1 Euro. Keine Ahnung. Müsst ihr gucken. Aber soweit eigentlich ganz cool, das kleine Set hier. Das kleine Set ist echt cool. Hat mich gefreut. Und ich finde, weil es Outdoor ist, passt es zu dem eigentlichen Set. Hier. Zu der 60369. Passt es doch super dazu. Karton schmeckt lecker. Habe ich ja immer wieder gesagt. Mega Set. Und hier ist wirklich ein bisschen was los. Und zwar haben wir zwei Bauernleitungen. Das heißt, wieder Geschwister können bauen. Mama und Papa können bauen. Wie auch immer. Das können alle Konstellationen. Tochter, Mutti. Papa, Sohn. Papa, Tochter. Mutter, Sohn. Alle. Alle können hier bauen. Gegendert. Divers und divers. Und da bauen. Ein paar Ersatzteilchen. Wie immer. Visier und so eine Schüssel noch zum Essen. Noch ein Cracker. Blau, Rot. Ein Kackhäufchen ist auch noch dabei. Pin. Aber auch nichts Weltbewegendes dabei. So. Jetzt haben wir mal Platz. Jetzt fangen wir erstmal. Was fangen wir an? Was fangen wir an? Fang mal, fangen wir. Fang mal mit dem Auto an. Also wir haben Hänger. Auto. Leute können wir reinsetzen. Hier hinten können wir einen Decklauf machen. Die Hunde reinmachen. Wunderbar. Wäre zu einfach. Wäre zu einfach. Also wir haben schöne, große, dicke, fette Räder. Hier vorne können wir nichts abmachen. Aber wir haben so einen schönen Kuhschutz. Wir haben so einen schönen Kuhschutz. Seht ihr das? Glensungen, ne? Egal. Da sieht man schon, dass es nicht besser geworden ist, dass Sensor 2 indirekter Lichter stehen. Also wie die, ja, der ist Softboxen, genau. Der ist schon besser, ne? Aber jetzt muss ich die noch richtig ausrichten. So. Dann haben wir hier hinten schöne, satte Aufkleber. Hier sind jetzt alle Aufkleber auf dem Deckel. Auf dem weißen. Auf dem Deckel weiße sind Aufkleber. So. Sieht gut aus, ne? So. Da hinten nochmal hier. Das hier. Und dann kann man das hier so hochklappen. Und dann kann man das hier so runterklappen. Und dann können die da reinhüpfen. Können die reinhüpfen. Mega stark. Dann war es das so ein Zümlisch. Dann haben wir hier noch ein Teufelchen dran. Und auf der anderen Seite haben wir noch so ein Lämpchen dran. Sehr schön. Finde ich cool. Auto finde ich stark. Und jetzt haben wir noch so einen Hänger. Auf dem Hänger können wir hier die Schüssel drauf machen. Auf dem Hänger könnten wir noch die Spielutensilie machen. Auf dem Hänger könnte man vieles machen. Das funktioniert genauso. Wir haben hinten wieder die Klappe, wo runter geht. Ja. Die Cracker heben wir jetzt mal auf. Dann haben wir hier noch eine Bürste. Und so einen kleinen Platz, wo man ihn mal draufsetzen kann. Tipp. 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 Top. Mega. Der Hänger finde ich dazu stark. Finde ich mal ein bisschen einfallsreicher. So. Aber. Acht Noben breit. Heißt, auf die normale City-Stase wird es kuschelig. Wenn da ein anderes Auto kommt. Sollen wir drauf reden? Mir egal. Jetzt haben mich viele gefragt. Da haben wir auch leicht so mitgekommen, dass ich die neuen Platten eigentlich cool finde. Finde ich auch. Ich finde die alten auch nicht schlecht. Aber es kommt drauf an, was man draus macht. Wie man die Ecken nutzt. Wenn man sie geil nutzt, finde ich sie stark. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich finde die neuen irgendwie haben die was. Finde ich. Aber streiten sich die Götter. Ich finde die selbst gebauten. Finde ich am allergeilsten. So. Wir haben hier zwei Hundilis. Und die machen ein Hundetraining. Gemäß dem Set machen die ein Hundetraining. Die haben hier so ein kleines Fresskörbchen. Da ist ein Knochen. Zeigen wir mal. Und eine Schüssel. Da ist ein Knochen dran. Und da haben sie zwei Cracker. Da ist so eine Hundepfote drauf. Mega. Da können die dann hier so naschen. Hören wir gleich dazu. Und dann haben wir für mich die absolut willenlose. Also die Figur für mich. 20, 23 bisher. Und wir kriegen noch die Disney 100 Jahre Collection. Wir haben noch Herr der Ringe Collection. Und, 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 und. Was. Zu dem Zeitpunkt ist es schon draußen. Vielleicht auch schon gebaut. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also da ist was in Planung. Aber ich will jetzt nicht so weit den Mund aufreißen im Nachhinein. Weil man weiß, es ist eine Zeitverzögerung. So. Aber diese Minifigur. Guckt euch an. Sie ist stark. Da vorne schön bedruckt. So ein bisschen wie so ein Kaktus. Kennt man so von Dragon Quest. So der Kaktus. So die Arme. Schöner Helm. Unten offen. Mal nicht geschlossen. Oder doch. Ne. Der ist unten offen. Der Mann hat einen Bart. Deswegen sieht er so aus. Und wenn er praktisch fertig ist. Gibt es keine neuen Arme. Ne. Ne, ne, ne. Der muss so rumlaufen. Bis er tot umfällt. Muss er jetzt. Das ist halt so. Angebohrt. So. Haben wir noch eine Frisur. Die Frisur finde ich. Na ja. Geht so. Finde ich. Geht so. Aber jetzt haben wir eine starke Figur dazu. Die guckt man da oben hin. Die darf da oben drohen. Finde ich. Ich persönlich finde die Figur totaler Wahnsinn. Dann haben wir noch die Chefin, wo da dabei ist. Die mit 30 Sternchen Funkgerät. Und haben wir nicht gesehen. Mit Brille. Hütchen. Frisur. Überall gedruckt. Gemachten. Gitarren. Außer die Beine. Finde ich eigentlich stark. Finde ich stark. Finde ich wirklich stark. Jetzt hat es noch mal die Kamera. Guck. Das ist einfach ein Fokus. Fokus. Was kriege ich jetzt noch hin? Wenn du das Licht ausmachst. Moment. Hallo. Hallo. Hör doch erkennen. Ah, der ist ja auch geil. Cool. Ist mega. Quällt mir. Licht wieder an. Hört mal heute rascheln. Das Mikro ist. Ui nein. Der Hut. Hütchen. Gibt es nichts Ersatzmäßiges. Hat sie an. Mit Sonnenbrille. Mit allem. Finde ich auch Hammer. Jetzt. Was können die Hunde üben? Wir haben einmal den Großen. Einmal den Kleinen. Den Kleinen finde ich auch ganz süß. Finde ich echt süß. Dann haben wir hier die Podeste. Oh, 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 oh. Das ist praktisch alles so vorbereitet, dass man es abnehmen kann. Komm mal, jetzt zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier die Balancier- oder Springstange, wie man es immer mag. So. So. Und dann hier das Podest. Wo erinnert an das Set da drüben? Und dann haben wir hier den Platz. Das ist so der kleine Hundeplatz, wo alles drauf abgeht. Ja. Schön. Mit kleinen Bäumchen. Schön gemacht. Einfach gebaut. Ist cool. Und dann kann der Hund hier so drüber. Hammer. Dann kann der. Ich weiß nicht. Da unten drunter glaube ich nicht. Der muss halt so drüber hubsen, ne? Muss so drüber hubsen. Und dann haben wir hier für den Kleinen. Da kann er üben und wahrscheinlich runterspringen. Oder hier so drüber springen. Oder dann hier so hinrutschen. Oder kann man. Fantasie. Mega. Fantasie finde ich stark. Das Set ist einfach cool. Und wenn sie fertig sind, können sie wieder machen und tun. Ich finde das eins der besten Preis-Leistung-Sets von der ersten Welle City. Wie gesagt, Januar, Februar, März, ne? So ist die erste Welle. Finde ich das mit eins der besten Sets, was City angeht. Da gibt es nichts zu haten. Da gibt es nichts zu machen. Wenn man es günstig bekommen hat, siehe Steinverleih und so weiter, ist es der Wahnsinn. Die Figuren sind der Wahnsinn. Geil. Wenn man das jetzt noch dazu macht, dann kann der Hund auch noch da drüber. Da kann er da noch drüber rennen. Da kann er da noch über die Hütschen rumlaufen. Deswegen habe ich mal es geholt. Und da kann der auch von mir aus auch noch mit da rumalbern. Also heutzutage in der Zeit ist ja Lego kombinierbar und das sind zwei kleine Dinger. Geht in den Laden, ich frage euch, günstigerweise kommt da unter 25 Euro weg und habt da richtig Spaß. Ihr habt Spaß, Fantasie für die Kinder. Hammer. Hammer, Freunde. Ich finde es Hammer, ich muss mal Kontrollmonitor gucken. Haben wir alles soweit? Haben wir alles auf den Blick. So. Natürlich ist es jetzt die Riesenverpackung. Natürlich soll es. Wir haben jetzt bald Ostern oder wir hatten Ostern. Das war definitiv 100% kein Fehler. Gar kein Fehler. Und ich freue mich drüber, es gebaut haben zu dürfen. Denn nächstes haben wir noch ein paar alte City-Sachen, wo ich cool finde. Ein paar alte Friends-Sachen. Und joa. Wird alles tiefenentspannt. Cool. Als nächstes kommt. Muss ich mal gucken. Was kommt als nächstes? Mia müsste auch mal wieder eins machen. Als nächstes kommt definitiv. Ah, Creator, Creator kommt jetzt halt. In die Creator-Reihe machen wir drei Videos in einer Woche. Wir machen das so ein bisschen entspannter. Wir gucken uns das ein Modell an. Dann gucken wir uns das B-Modell an. Und das andere. Machen wir alles in einer Woche immer. Interessant wird. Wir machen erst das Kleine. Das baue ich bei Let's Bricks. Mit Zille und so weiter. Da gucke ich. Da habe ich zu aktuellen Zeitpunkt, wo wir das Video sehen. Anfang Februar. Probiere ich jetzt noch zwei zu bekommen. Weil ich will das Große bauen. Jetzt sind aber manche Leute so. Die haben keine Verpackung mehr. Das Ding ist gespielt. Sieht aus wie Hulle. Kann nicht ganz garantieren, dass es komplett ist. Und wollen dann 90 Euro dafür. Neu kriege ich es auch für 90. Und dann erklärst du denen, dass es neu für das Geld gibt. Ihr habt keine OVP. Ihr habt nichts. Ja. Ich brauche es nicht wirklich. Deswegen sage ich euch, wie es ist. Nö. Sehen Sie da, sage ich ja. Für das Geld werden das nicht los. Und dann verfolgst du das. Dann werden sie günstiger, günstiger, günstiger. Aber dann bin ich auch zu stolz. Wenn sie dann meinen Preis da stehen haben, es zu geben. Dann bin ich zu stolz dafür. Hätten sie es klar gemacht? Hätten sie es klar verdient? Dann drohen wir ihn schon nochmal. Das sieht gut aus. Finde ich gut. Der Ton ist eigentlich auch nicht so kacke, ne? Also jetzt ist das, eigentlich ist das eins von der besten Mikros, wo man eigentlich das so holen kann. Man muss ehrlich sagen, es war auch Theater, bis ich es bekommen habe. Ein Riesentheater. Weil das erste, wo ich bestellt hatte, war erst mal weg. Das zweite war dann auf einmal da. Finde ich schade. So, in diesem Sinne. Wird es jetzt technologisch nicht viel besser. Erstmal, wenn wir umziehen. Und ich dann mal ein bisschen sparen kann. Und ich meinen Raum unten fertig habe. Das gibt für euch hier im Video. Es ist von Bup, Bup, Bup. Dann gibt es ein Video. Da kommt ein schlagartiges Video. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt bin ich vielleicht sogar schon dabei. Kommt ein Video. Vorher, nachher. Da seht ihr erstmal ein totales heiliges Chaos, was ihr mal in den Keller seht. Und dann macht es für euch zack. Und dann machen wir den Raum nochmal auf. Und dann ist es zwar erst der Anfang, aber die Wände sind gemacht. Die Regale stehen und die Modelle stehen. Und unten drunter ist ein schönes Sortiersystem. Und dann sieht das geil aus. Dann sieht das geil aus. Dann haben wir Platz. Ja. Weil das hier ist ja nichts halbes und nichts ganzes. Sag mal Platz. Da kommen die Sets schön geordnet rein. Die abzerbauten. Es wird ja alles wieder zerlegt. Das hätte es zum Beispiel zerlegt. Wenn der kleine Mann irgendwann mal fit ist und schön Platz hat, kommt es ja wieder herher. Das ist ja hier eigentlich nur zwischengepackt. Der kleine Eumel, wo ihr herkommt, der weiß noch gar nichts von seinem Glück. Was der Papa alles im Keller hat. Und irgendwann sagt er, oh ich will Lego. Ob es den Iago ist, ob es City ist. Das ist egal. Er hat dann alles zur Verfügung. So. Und dann wird das gespielt. So. Wenn er will. Wenn nicht. Muss er trotzdem. Ja. Also ich freue mich. Anfang tun wir mit Lego Duplo. Da kommt jetzt, oh da kommt auch noch ein Video. Lego Duplo. Aber da muss ich noch gucken, wie ich das jetzt halt hier platztechnisch und filmtechnisch hinbekomme. Das Problem ist die Filmhöhe. Ich muss die Kamera 2,50 Meter unter die Decke schnallen. Das ist am besten noch gerade. Und dann noch das Mikro. Das sieht man dann definitiv. Wo ich dann mit euch quatsche und sehe und zeige und mache und tue. Oder wir bauen sie auf. Lassen sie fahren. Und dann. Ich muss noch gucken, wie ich es mache. Dass wir dann so Filmaufnahmen machen, während sie feiert. Am besten uns vorab hier mal die einzelnen Teile anschauen. Dass wir hier eine schöne Fahrlandschaft haben. Filmen das so ein bisschen mit. Also mal gucken. Aber zurück zu dem Set. Kaufen. Kaufen. Ja, wir haben hier Sticker dabei. Hier ist ein Sticker dabei. Ja. Vorne. Der Seite hier. Der Polizeiaufkleber war kein Aufkleber. Der Polizei war kein Aufkleber. Aber der Rest ist Aufkleber gewesen. Mal klatschen. Mal klatschen. Aber Kinder. Ich habe keine Lust darauf, rumzuhäten. Ich habe echt keine Lust. Negative Stimmung. Nö. Ich habe keine Lust. Habe ich echt keine Lust. Warum auch nicht. Ich finde das jetzt cool. Kaufen. Achso. Der Frosch hier ist. Achso. Der Frosch ist von Netflix. Der Frosch hier ist von Netflix übrigens. Dann habe ich da hingesetzt. So. In diesem Sinne würde ich sagen. Komm. Hau mal ab. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder. Oh. Wahrscheinlich zweimal die Woche. Donnerstag. Freitag hat sich ja so eingebündet. Donnerstag ist bei mir. Oder Samstag. Je nachdem wie Zeit ist. Und Freitag ist auf jeden Fall bei Let's Break. Sofern ich auch kann. Ist ja immer so eine Sache. Let's Break. Denkt an die vier Glamour. Denkt an den Discord-Server. Link ist immer jetzt unten in der Beschreibung. Oder? Ist er immer drin? Ach. Auf jeden Fall ist ein Livestream zu sehen. Der ist immer zu sehen. Der Link. Er ist auch auf meinem Instagram-Profil verlinkt. Er ist in der Community verlinkt. Wo ich habe. Also er ist überall drin. Also wer will, der findet. Zur Not. E-Mail-Adresse steht ja drin. Macht und tut. Aber der Discord ist einfach. Ah. Kanalinformation. Ich tue es einfach an die Kanalinformation. Da haben wir es doch alle. Da erwähne ich auch. Gucken die Kanalinfos dann auf Discord. Machen wir es so. Discord ist cool. Muss ich sagen. Da kann man viel automatisieren. Aber auch hier. E-Mail-Kleinanzeigen. So habt ihr mitbekommen. Steuerlich. Dann gibt es noch 1, 2, 3 kleine Ecken. Wo man noch ein bisschen was holen kann. So. In diesem Sinne. Bleibt mir gesund.